Oh Mist! Oh, endlich! Na, ganz schön jung fürs Alter sein. Nee, nee, ich mach da Zivildienst. Bestimmt hart, hm? Na, für mich geht's, aber die armen Leute mit ihrer kleinen Rente. Klingt vielleicht spießig, aber ich besorg mir schnellstens so eine private Vorsorge. Hm, da würde ich aber aufpassen. Wieso? Da werden im Jahr Millionen verschenkt, weil die Leute einfach mal was unterschreiben. So was Wichtiges braucht gute Beratung. Sind Sie aus der Branche? Hier, bitte. Kaiser? Der Kaiser? Günther Kaiser. Einer von rund 30.000 Versicherungsexperten der Hamburg-Mannheimer. Hamburg-Mannheimer. Mehr Beratung. Mehr vom Leben. Das ist ja auch ein Wichtiges. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Vielen Dank.